Hallo, hier ist der Mathe von MoneyMonkey. Das Bild habe ich schon so oft gehabt, ich muss trotzdem wieder lachen, wenn ich es sehe. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 7.10.2021, den 7.10.2021. Und unser DAX hat hier eine ordentliche Klatsche abgekriegt zum Mittwoch. Eine ordentliche Klatsche abgekriegt und hat sich aber doch ganz gut auch hinten raus wieder gefangen, sodass er hier den Daumen hoch hält. Da müssen wir mal ein bisschen sprechen. Wir haben ja auch gestern die zwei Sachen durchgesprochen. Wir haben auch gestern gesagt, dass es eigentlich zum Ende hin relativ gut aussah, aber man eben ein bisschen aufpassen muss, weil das Risiko ja weiter bestehen bleibt. Und er im Zweifel halt auch wieder runter kann und bis in die Zone auch rein hier. So, die Zone haben jetzt angelaufen, die 8.43, 8.30 hier, die hat reagiert, die hat auch gut reagiert. Die hat ein bisschen zu träge, glaube ich, für die meisten reagiert. Die sind dann zu spät erst auf den... Also, ich glaube, viele haben ganz, ganz, ganz viele sind zwar unten rein long, haben dann aber abgebrochen, weil es ihnen zu lange gedauert hatte. Anderen war dann die erste grüne Stundenkerze dort zu lang. Da gab es bei uns auch eine kleine Diskussion dann im Forum, dass doch dann Target und so weiter nicht im Verhältnis stand, weil ich, glaube ich, gesagt hatte irgendwie sowas, man wartet doch erst mal die erste grüne Kerze ab, bevor man da die ganze Zeit in die roten, die ganze Zeit nur long reinflackt, weil von Minute 1 an eigentlich so gefühlt alle nur long gesucht hatten. Und das passt eigentlich auch gut zu dem, was mir gestern gesagt hat. Ich habe ja gestern gesagt, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil wirklich viele, viele, viele long sind und sowas immer kontra-indikativ ist. Und auch long denken, auch im WTI, unheimlich viele long wollten. Und jetzt guckt man, was der DAX direkt danach gemacht hat, was der WTI direkt danach gemacht hat. Es ist halt immer so, wenn so eine Häufung kommt von, ich sage mal, Privatanlegern, die plötzlich alle das Gleiche denken, alle plötzlich sagen, sie wollen WTI long 80 und hoch bis in die 100 rein, dann ist das immer so ein kleines Achtungssignal. Wie es eben auch gestern Abend so war, dass plötzlich alle bei uns irgendwie long wollten halt. Und das sind dann immer so kleine Warnsignale. Hier ist jetzt auch wieder so diese Fahrt zu nehmen gewesen, diese Stimmung. Das dreht ja eh alles und das steigt jetzt alles wieder nach oben. Punkt 1. Wir haben ein tieferes Tief bekommen. Jack, wir haben ein Ziel angelaufen. Jack, das Ziel hat gut reagiert. Okay, wir haben kein höheres Hoch, wir haben keinen Abwärtstrend gebrochen. Das heißt, per se ist DAX eigentlich noch im intakten Abwärtstrend. Er ist jetzt bloß zum Abend hin ganz gut wieder hochgekommen. Heißt aber auch, wenn der sich zum Donnerstag nun nach unten arbeitet, dass man durchaus nochmal davon ausgehen muss, dass der da unten ranrennt. Und mit unten ranrennt würde ich jetzt hier mal vielleicht nicht unbedingt die 14.8.30 ranziehen. Weil ich glaube, der dreht sich eher hoch. Der ist nämlich jetzt hier ganz schön hoch und hat die Leute ganz schön angestängert. Und ich glaube, da warten nicht viele auf das neue Tief. Die werfen eher hin. Die werfen hin, wettig, bei 15.29 drunter. 15.29 bis, ich sag mal, 15.88. Das wird ein Bereich, in dem viele ihrer Longs abbrechen, die sie vielleicht jetzt am Abend geholt haben. Und damit wäre das Niveau für den DAX eigentlich vollkommen ausreichend, um da mal reinzustechen. Das heißt, sollte der DAX zum Donnerstag auf der Unterseite aktiv werden, rote Kerzen schrauben, rote Stundenkerzen schieben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da nochmal reingehen. In die 9.29, rein in die 8.80, 8.65 vielleicht, so in dem Bereich, das neue Tief auslassen und zur Seite starken. Das wäre für mich jetzt zum Donnerstag fast das Wahrscheinlichste. Das wird zur Seite starken. Also, was meine ich mit starken? Dass er einfach nur oben und unten sticht, Schatten an den Tageskerzenkörper setzt und relativ unverändert dann aber aus dem Handel geht und vielleicht sogar etwas tiefer. Weil wir haben im Xetra tatsächlich den ersten Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie bekommen. In meinem 8 bis 22 Uhr hat er das noch vermeiden können. Da sind bis jetzt alle Tagesschlusskurse drüber, aber der Xetra hat tatsächlich jetzt den ersten Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie bekommen. Und wenn ich so die Einzelwerte im DAX angucke, da gibt es ein paar, die haben sich schon ein bisschen so in... Also eigentlich so fast 50-50, ne? Die einen, die sehen so ein bisschen aus, wie jetzt ziehen sie jetzt eine ordentliche Erholung an und die anderen haben auch ganz schön noch Platz unten. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass die, die so aussehen, wie wir es wollen, nach oben anziehen, dass die auch tatsächlich versuchen, nach oben anzuziehen, die anderen eine Runde drücken und dadurch der DAX einfach nur hin und her steckt. Dass er nur hin und her getragen wird und auf der Seite stehen bleibt. Aber wir hätten oben, wenn der Kerl oberhalb der, ich sag mal, 15.110 weiterarbeitet zum Donnerstag, könnte ich mir vorstellen, dass er das Gap zumacht an der 15.175 rum und auch das bei 15.245. Das würde ich nicht außer Acht lassen, das ist noch mit hier da. Das ist ein markanter Punkt und dann würde ich sehr genau hingucken, weil wenn dort harte, rote Stundenkerzen kommen, kann er von dort auch die komplette Rutsche wieder zurück. Und auch locker von dort an die 15.000 wieder ran und auch an die 14.900. 14.900 bleibt für mich relativ wichtig jetzt zum Donnerstag. Könnte ich mir vorstellen, dass wir die sehen. Wird er aber, muss ich ganz klar so sagen, oberhalb jetzt nicht zu früh Short suchen, weil es ist ein kleines halbes V und er kann das auch ganz machen. Und wie das im DAX so ist, dann haut er halt auch erstmal alles raus, was rauszuhauen geht. Und ich glaube, da liegt relativ viel auch von der Stopp-Gemengelage hier in dem Bereich, sodass es gut passen würde, wenn er hier gerade hoch steht. So eine richtig schöne, berstische, grüne Bewegung mit nur grünen Kerzen, wenn er früh durchdreht, glaube ich, bleibt er auf grün, schiebt sich am Stück durch und dann kommt er langsam wieder runtergekleckert. Und dann kommt er runtergekleckert, runtergekleckert und steht plötzlich wieder hier. Und das könnte ich mir Stand hier ganz, ganz gut vorstellen und würde auf jeden Fall erstmal das Risiko auch unterseitig, so wie wir das gestern gesagt haben, noch offen halten. Also das ist nichts passiert. Also ja, er hat das relativ gut verteidigt, aber er hat auch ein wichtiges Ziel angelaufen. Also das ist vollkommen okay, dass er reagiert. Wir machen ja jetzt samstags immer, also nicht jeden Samstag, aller zwei Samstags machen wir ja auch im Premium-Dienst jetzt immer so ein Webinar. Da gucken wir mal alles einmal komplett durch, weil wir in den letzten Monaten, Jahren das ganz oft so hatten, dass wir auch ganz, ganz viele Aktienwerte, ganz viele übergeordnete Setups hatten, die mit enorm hoher Trefferquote einfach durchgelaufen sind und die meisten das einfach immer gar nicht nutzen konnten, weil sie es verpasst haben, nicht mitbekommen haben oder auch nicht mehr für gültig erachtet haben, weil vielleicht ein Update schon zwei Monate, wie zum Beispiel Erdgas, Erdgas sind wir auch bei 1,650 und ein Long gewesen, über Monate. Und sowas, das haben halt viele dann aus den Augen verloren, nicht mehr als gültig erachtet und deswegen machen wir jetzt immer alle zwei Wochen einen Samstags-Webinar, wo wir über zwei Stunden mal so alles durchklickern, was noch so aktuell ist und so weiter und so fort. Und da haben wir auch über den DAX-Screw gesprochen, auch über die Tagessituation und dass ich schon davon ausgehe, dass der hier unten rein stillt. Und deswegen haben wir ja auch hier diese Pfeile gesetzt, der ist jetzt erstmal hier unten gewesen, er war noch nicht drunter, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch nochmal drunter gehen und arbeitet jetzt wieder nach oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass der hier noch ein bisschen kleben bleibt. Also das war auch meine Erwartungshaltung, das wollte ich jetzt eigentlich erzählen, im Samstag haben wir darüber gesprochen, dass ich schon davon ausgehe, dass der hier in dem Bereich einfach auch ein bisschen rumpendeln kann und das vielleicht nicht unbedingt einmal. Und das würde jetzt eigentlich zum Donnerstag eben auch ganz gut passen, wenn er jetzt hier wieder drunter und dann vielleicht von dort auch sogar schon wieder hochkommt, ohne jetzt mal ein neues Tief zu setzen. Weil wir sind auch schon ein ganzes Stück gelaufen, wenn ich auf Wochensicht, auf Monatssicht gucke, ist eine 14.800 Stunden auch ein guter Fortschritt. Das heißt, er muss da jetzt nicht brachial wie ein Stein runter, um weiterzukommen. Er kann auch einfach hier auf der Seite bleiben. Das ist okay. Und deswegen würde ich mir einfach angucken, wie verhält er sich jetzt oben im Bereich um 15.175. Wenn er jetzt weiter hochdrückt, dann glaube ich, geht er da rein. Ich glaube, wenn er da reingeht, geht er auch noch in die 2.45. Wird mir dann genau angucken, wie dreht er hier ein. Dreht er hier nämlich ein, dann kommt er von da wieder komplett runtergeschmiert, dreht er hier nicht ein, dann geht er dann bis an die rote Linie dran und von dort kann er auch nochmal wegdrehen. Also so, jetzt bullig zu werden und zu sagen, 16.000, wir kommen, so bin ich eigentlich, muss ich sagen, nicht drauf. Also das ist für mich schon noch negative Chartlage. Wir haben fallende Tiefs, wir haben fallende Hochs. Und er hat das jetzt gut erholt. Ich denke, da kann auch noch mehr draus werden, dass er noch nach oben stellen kann. Aber wenn er wieder nach unten arbeitet, würde ich ihm unten auch Platz lassen. Also definitiv. Und wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, dass er gar kein neues Tief dann zum Donnerstag überhaupt hinkriegt, sondern dass er eher hochtritt. Einfach hier in der Spanne der letzten Tage, wenn man die mal so zusammenfasst, vielleicht die Woche zusammenfasst, dass er vielleicht sogar die komplette Spanne einmal zum Donnerstag abläuft. Von oben nach unten und von unten nach oben. Das würde auch zu einem Donnerstag ganz gut passen. Und ich könnte mir das auf die Situation jetzt eigentlich auch gut vorstellen. Also gehen wir über 15.80 raus, über 15.100 raus. Ein bisschen Zurückhaltung vielleicht auf der Short-Seite. Kann hilfreich sein, solange der nach oben durchbollert, weil das ist eine gute Schrecke, die er erreichen kann. Und dann würde ich hier sehr gut hingucken. Kommen hier rote Kerzen? Kommen rote Kerzen? Kann man durchaus schon probieren. Kommen keine rote Kerzen? Steigt durch. Geht auch noch Platz auf. Würde ich aber so zurückstellen. Ich glaube, wir spielen den Donnerstag in dem Bereich hier. Und wie gesagt, so wie wir das gestern gesagt haben, vergiss das Risiko auf der Unterseite nicht. Also auch wenn der Tagesschart hier eine super Kerze wieder nach oben gestellt hat, ich habe das gestern schon gesagt, auch am Freitag haben wir drüber gesprochen, die grüne Kerzen oder die tollen Kerzen, die bringen halt nichts, wenn der Dax am nächsten Tag nicht über der Kerze rausarbeitet. Und das hat er bis jetzt an keinem der Tage gemacht, wo es gut aussah. Er ist immer wieder mit Abwärtsgip reingekommen. Und auch wenn das jetzt hier nach einem Mega-Hammer aussieht, wenn da jetzt noch ein Doji daneben kommt, dann ist das auch schon wieder fast vergessen. Also da würde ich auch wirklich sehen, dass er über dem Tag halt auch rausarbeitet. Über der 1480 rausgeht, über der 14100 rausgeht, dann denke ich, dann kann er ein bisschen Bewegung bringen. Also dann sollte man ihm auch den Lauf oben lassen, dass er sich ein bisschen austoben kann. Aber das Risiko unten würde ich noch nicht abhaken. Wir waren nur in der 200-Tag-Linie schon mal. Also das ist schon eine Ansage auch. Und deswegen, ich lasse das Risiko unten noch ein bisschen bedacht, gebe ihm einmal Raum, dass er sich austoben kann, verlange nicht zu viel von ihm, er muss nicht wie ein Stein am Stück fallen. Gucke mir daher die genannten Zonen hier ganz genau an, auch den Bereich. Und sollte doch ein neues Tief kommen, habt ihr hier unten die Marken, an denen er euch ein bisschen orientieren kann, könnt, wo dann die nächsten Bewegungspunkte sind. Besonders interessant wäre eigentlich, finde ich ja, wenn jetzt wirklich neue Tiefs kommen, ich rechne da zum Donnerstag nicht mit. Aber sollten sie kommen, fände ich eigentlich eher mit dem Bereich dann interessant, hier um die 14600 als nächste Anlaufstation. Aber ich glaube gar nicht so, dass das jetzt relevant wird. Wir gucken mal, wie er reinkommt bei positivem Start, wie gesagt, in das Gap rein und in das andere, das darf man nicht vergessen. Und drückt es sich runter, kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Bereich um 29 bis 8,65 Stops rausholen und dann erstmal auch wieder nach oben vielleicht sogar laufen halt. Das wäre meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Gut, damit würde ich es auch belassen wollen. Ich denke, das ist okay. Wir haben über die Punkte gesprochen, über meine Erwartungshaltung und ja, lassen wir uns reinkommen. Lassen wir uns reinkommen und dann schlacht man ab. Da kann sich jeder seine Punkte dann rausschneiden. Und ich glaube, der interessanteste Bereich zum Donnerstag ist der und das ist der. Hier in dem Bereich zwischen 29 und 8,60 und oben von 185 bis 245. Das ist vielleicht so 265, 280. Der muss ja irgendwie da oben ein bisschen Unfug machen. So schön aussehen, dass da schön viele Longen reingehen und Shorts abbrechen und dann rasiert er das wieder nach unten. So wie er es die ganzen Tage jetzt gemacht hat. Ja, und solange wir da noch nichts anderes sehen, solange er nicht aus dem Bewegungsmuster reingeht, bleibe ich da auch erstmal, folge ihm dabei und unterstelle das auch tatsächlich, dass es es wieder macht, weil ich, das ist halt, das ist halt das Muster seiner Bewegung aktuell. Und solange er das Bewegungsverhalten jetzt nicht ändert und da drin bleibt, führe ich das geistig erstmal weiter fort. Ich wünsche euch was. Gutes Gelingen. Ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Die Analyse Donnerstag ist immer manchmal ein bisschen so, dass ich den Eindruck habe, viele verstehen gar nicht, was ich sagen will. Aber wirklich, wenn man es mit zwei Sätzen sagen will, dann achtet auf den Bereich zwischen 29 und 8,60. Achtet auf den Bereich zwischen 1,85 und 2,80. Ich denke, dass wir dazwischen hin und her laufen können und deswegen sind Umkehrsignale dort besonders wertvoll. Es gibt keine Präferenz, ob hoch oder runter für den Donnerstag, weil ich davon ausgehe, dass es ein Seitwärtstag wird. Punkt. Ja. Fertig. So könnte man es zusammenfassen. Vielleicht hilft das ja besser. Ja, aber es ist mir manchmal wichtiger, auch ein bisschen zu erklären, wo kommt was wie her und hilft vielleicht auch, den einen oder anderen Gedanken zu verstehen. Ich mache hier aus, wünsche euch Spaß. Gutes Gelenk. Bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020